Du, Vater, ein Kumpel von mir kommt gleich vorbei, ich geh, dass du Bescheid weißt. Ein Kumpel? Ja. Ein Neuer? Kennst du ihn noch nicht? Ja, nee, nee, den kennst du noch nicht. Oh, das ist er. Ist er das, oder was? Das ist er. So, um Gottes Willen. Ja, das ist ein Krimineller. Das ist mein Kumpel. Spannender Mitglied. Vater, das ist mein Kumpel, mach die Scheiße dir auf. Herr Meier, alles fit? Das ist dein Kumpel? Ja. Und woher kennet ihr euch? Wir spielen zusammen Schach. Schach? Von der Schach-AG? Ja. Dann kommst du halt mal rein. Und was sind das für Gemälde da auf deine Ehren? Herr Meier, das sind Tattoos. Also das, was dir da unter der Haut ist, das ist gar nicht ein Sinn. Gut, dann mach ich doch halt mal jetzt. Ja, also ehrlich, Vater. Ich geh schon mal die Wertsache verstecken. Gut. Gut. Ich geh schon mal die Wertsache.